Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat die Vereinsführung von Rekordmeister Bayern München nach der viel diskutierten Pressekonferenz am vergangenen Freitag in Schutz genommen. Ich halte es für gerechtfertigt und angebracht, dass die Bosse Stellung bezogen haben, schrieb der frühere Champions-League-Sieger in seiner Kolumne für t-online.de. Vor allem die mediale Kritik am Nationaltorhüter Manuel Neuer kann Effenberg nicht nachvollziehen. Die Kritik an ihm war in den vergangenen Wochen wirklich total übertrieben, schrieb der 50-Jährige, Neuer ist im besten Torwart-Alter und wurde über Jahre als mit Abstand bester Torwart der Welt gefeiert. Es vergehen nun mal Monate, bis du wieder auf dem absoluten Top-Niveau bist nach einer so langwierigen Verletzung, die Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß über den ehemaligen Münchner Juan Bernhard, er habe in der vergangenen Saison in der Champions League beim FC Sevilla einen Scheißdreck gespielt und sei deshalb verkauft worden, Er wird sich dafür zu 100% entschuldigen im nächsten Interview. Genau wie er es bei Bel Arabi getan hat, dessen Foul er als geisteskrank bezeichnet hatte, ist Effenberg überzeugt. Untertitelung des ZDF, 2020